Und dann mal eins runter, ne? Ja, zwei, drei. So. Da nehmen wir ja eine Rippen, ne? Geht irgendwas statt da raus, ja. Geht ja ein Lippen. Ja, da muss ich schon sein, gehen da schnuppern, bloß wir müssen aufpassen, dass er nicht in die Treppenhaus runter runter ist. Da kann er ja ruhig schnuppern, da passiert ja nichts.